Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Wir haben ja letzte Woche angekündigt bzw. schon vor zwei Wochen, dass wir uns in den nächsten Wochen damit auseinandersetzen wollen, welche Vor- und Nachteile denn jetzt der einzelne Anbieter bzw. die einzelne Plattform hat, wenn man Bitcoin kaufen bzw. verkaufen möchte. Letzte Woche haben wir uns ja die Relay-App angeschaut und diese Woche wollen wir uns die Bison-App anschauen. Wir vergleichen die Bison-App mit der Relay-App und auch allen kommenden Anbietern anhand der gleichen Kategorien, die wir uns eben im Vorfeld ausgesucht haben, nämlich im Hinblick auf die Anmeldung, also auf den Anmeldevorgang, auf die Funktion, auf die Bedienung, auf die Gebühren, die eben erhoben werden, auf die Sicherheit und wir schauen uns noch an, für wen denn die jeweilige App bzw. die jeweilige Plattform gedacht ist. Zum Abschluss kommen wir dann wie jedes Mal zu unserem Highlight bzw. Knaller der Woche. Bevor wir heute aber richtig mit der Folge anfangen wollen, möchten wir noch auf eine Frage eingehen, die wir mehrfach gestellt bekommen haben, nämlich die der Gebühren. Die sind aktuell ja relativ hoch, also wenn man Bitcoin versenden möchte, hat uns eben die Frage erreicht von einem, ja ein Freund von dir war das sogar Jonas, der eben seine Bitcoin transferieren wollte von der Relay-App auf sein Hardware-Wallet, hat uns also offensichtlich zugehört und setzt uns auch in die Tat um. Er meinte nämlich, dass er 32 Euro bezahlen müsste, um sein Bitcoin-Guthaben zu transferieren. Was hat es damit auf sich, dass die Gebühren gerade so hoch sind? Also ist das normal oder liegt das an Relay? Nein, das liegt also ganz einfach gesagt nicht an Relay und es hat wirklich mir sehr aufgeregt geschrieben, weil er glaube ich 50 Euro in Bitcoin an sein Hardware-Wallet schicken wollte und er hätte eigentlich 32 Euro Gebühren zahlen müssen bei der Transaktion. Und da habe ich gesagt, nein, halt, stopp, lass mal, das ist ein bisschen viel gerade. Und das liegt eigentlich nur daran, Relay hat, wie wir letzte Woche angesprochen hatten, verlangt keine Gebühren, wenn du deine Bitcoin an dein Hardware-Wallet versendest oder an ein anderes Wallet versendest. Sondern die Gebühren entstehen nur dadurch, das sind dann die Transaktionsgebühren im Bitcoin-Netzwerk selbst. Und diese sind ja eigentlich, die kann ja jeder Versender aktuell oder immer individuell anpassen. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich möchte meine Transaktion Betrag X anhängen und umso mehr du anhängst, umso schneller wird deine Transaktion auch bearbeitet. Denn die Miner, die die Blöcke generieren, dürfen sich ja die Transaktion aussuchen, die sie reinnehmen. Und die nehmen natürlich automatisch die Transaktion mit rein, die die höchsten Gebühren angehängt haben, weil die dürfen sie behalten. Und aktuell ist es einfach so, das Netzwerk ist halt dadurch, dass der Preis angestiegen ist, dass halt aktuell viele Transaktionen durchgeführt werden, ist es eben so, dass es viele Transaktionen gibt. Und natürlich werden sich die Miner dann die Transaktionen nehmen mit den höchsten Preisen. Und um dann durchzukommen mit deiner Transaktion, musst du halt eben eine größere Gebühr dafür zahlen. Und das ist aktuell einfach der Fall. Und da kann also Relay überhaupt nichts dafür. Und sie haben auch schon geschrieben, dass sie da in dem Jahr daran arbeiten, das Ganze so besser zu managen. Es gibt ja verschiedene Lösungen dazu, das ein bisschen einfacher und schneller durchzuführen, damit man eben weniger Gebühren zahlen muss. Und die einzige Tipp, den man da jetzt wirklich haben kann, ist einfach ein bisschen abzuwarten. Das kann sich wirklich täglich ändern, der Preis. Man kann sich ja auch anzeigen in der App beim Senden dann, ob man das schnell, mittel oder langsam machen möchte. Und da ist einfach der Punkt, einfach mal abwarten ein paar Tage und einfach mal nur noch das Guthaben auf der Relay-App liegen lassen und dann einfach nochmal zu probieren. Und das wird ja mal vorher auch direkt angezeigt, bevor man es absendet. Und deshalb da nicht irgendwie aus den Panik geraten und auch keine, nicht im Support von den Relay-App irgendwie jetzt Panik schreiben. So, hey, was macht ihr falsch? Ihr verarscht uns in die Richtung. Nein, die Jungs können nichts dafür. Und das ist bei allen Plattformen so. Ist egal, was du jetzt machst. Und deshalb ganz ruhig bleiben. Und wie gesagt, in ein paar Tagen nochmal probieren dann. Ja, das liegt ja daran, dass in jedem Block, der eben die Transaktion dann enthält, eine gewisse Größe vorhanden ist. Und wenn der Block eben voll ist, dann ist der Stand jetzt eben voll. Und wenn extrem viele Leute eine Transaktion durchführen wollen, haben die Miner natürlich die Wahl oder stehen eher vor der Frage, welche Transaktion nehme ich denn jetzt auf in meinen Block? Und dann nehmen sie natürlich die Transaktion auf, die die höchste, ja, das höchste Feed, das höchste Trinkgeld eben gibt für die Miner. Und wenn extrem viele Transaktionen da sind, haben die Miner natürlich die Möglichkeit, sich eben die auszusuchen. Und je mehr es gibt, desto höher ist eben die Gebühr, die man zahlen muss, um in den Block reinzukommen, in Anführungszeichen, mit seiner Transaktion. Aber wie du gesagt hast, das schwankt eben täglich, beziehungsweise im Endeffekt minütlich. Kommt halt darauf an, wie viele Transaktionen gerade abgewickelt werden müssen. Genau, und es gibt ja immer welche, die sagen, ich will jetzt unbedingt meine Bitcoin sofort bestätigt haben oder meine Transaktionen bestätigt haben. Und die zahlen dann gerne auch dafür mehr. Ich meine, wenn du jetzt zwei Millionen Euro in Bitcoin versenden wirst, ist es dir egal, ob du tausend Euro Gebühren zahlen würdest dafür. Hauptsache das ist deine Bestätigung und das ganze Ding ist durch. Also dadurch kommt immer auf den Markt auch einfach drauf an und genau, so regelt sich das Ganze ein bisschen selbst dann. Okay, gut, soviel zu den Gebühren, die aktuell etwas höher sind. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich der Bison-App. Möchtest du einfach wieder mit so einer kurzen Übersicht starten? Gerne, richtig. Wir haben uns die Bison-App, glaube ich, rausgesucht, einfach weil es auch einfach, wie gesagt, eine App ist. Und die gibt es wie die Rele-App nur in der App-Form aktuell, also für iPhone, Android. Und bei denen, sie schreiben selbst, dass sie gerne aktuell drüber nachdenken, auch eine Browser-Variante oder eben halt eine Desktop-Version auszubringen. Auch hier der Punkt wieder, muss man sich selber entscheiden, bin ich ein Freund, um meine Finanzen oder Bitcoin zu kaufen, auf dem Smartphone durchzuführen rein? Also nur auf dem Smartphone durchzuführen? Für manche ist das ja auch nichts, weil die sagen, ich möchte es lieber am großen Bildschirm machen. Das ist ja auch verständlich. Die App ist so ungefähr seit 2019, im Januar, im Frühjahr 2019 am Start. Und ist halt bekannt geworden dadurch, dass sie halt den Partner, die Börse Stuttgart, im Hintergrund hat. Und dadurch ist es auch ihr, war es ja auch ein bisschen in den Medien. Und die App kommt eben aus Deutschland und ist auch da verfügbar, aber auch in allen anderen EU-Ländern natürlich. Und ist auch in englischer Sprache verwandt, wenn jetzt einer von den Hörern vielleicht sein Smartphone eher auf Englisch gestellt hat. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man wirklich einfach schnell Kryptowährungen kaufen kann. Und ich sage extra Kryptowährungen, weil eben nicht nur Bitcoin gekauft werden kann, sondern noch vier weitere Kryptowährungen, die wir aber nicht ansprechen wollen, weil es darum jetzt nicht gehen soll. Und genau, das ist eigentlich wirklich eine sehr übersichtliche App. Soll sehr einfach sein und sehr intuitiv zu bedienen. Und ist halt eben für alle gedacht, die so ein bisschen, ja, einfach mal Bitcoin kaufen möchten und den Rest so ein bisschen abgeben. Aber das werden wir gleich noch sehen, wie das Ganze in der Bedienung funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Zum Thema Anmeldung haben wir bei der Relay-App gesehen, dass es extrem einfach ist. Also man muss sich die App nur runterladen, dann wird ein Wallet erstellt und das war es eigentlich. Dann kann man loslegen, indem man sich einfach einen Dauerauftrag anlegt oder eine Überweisung tätigt. Bei der Bison-App würde es ja anders sein. Da ist es ja eher so, oder es ist so, dass du dich mit deinem Personalausweis identifizieren musst, beziehungsweise verifizieren musst. Du hast es ja versucht durchzuführen. Erzähl doch mal, wie lief das ab? Ja, ich habe es für das Team, habe ich es mal probiert, mich anzumelden. Für das Team und alle Hörerinnen und Hörer. Ja, und ich habe, man muss sagen, ich habe einige graue Haare bekommen. Kann man jetzt schon mal sagen. Also bis, also der klassische, klar der Punkt, App downloaden aus dem App Store und aus dem Google Play Store und alles gleich. Dann lädt man sich das Ganze mal runter und meldet sich dann, oder registriert man sich dann mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort und kriegt halt eine E-Mail zum Bestätigen, so wie man es ja eigentlich immer auch kennt. Klickt man einmal drauf und zack, bist du angemeldet. Und das Coole an der Bison-App ist dann, da landet es dann automatisch in einer Art Demo-Konto. Das heißt, du kannst die App mit der kompletten Übersicht schon sehen, mit den ganzen Funktionen. Und du hast dann 50.000 Euro so als Spielgeld zur Verfügung. Und du kannst schon mal testen, wie man da dann Bitcoin kauft, wie man es verkauft, wie das Portfolio aussieht. Das ist schon echt cool, um am Anfang einfach mal zu checken, ist das was für mich? Wie finde ich das Ganze? Ist das, finde ich es übersichtlich? Und so zum Ausprobieren ist das eigentlich eine coole Idee, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du dann nachher durch und sagst, okay, jetzt möchte ich wirklich mit Echtgeld, mit realem Geld handeln, dann musst du, wie du gesagt hast, dich verifizieren. Das steht auch ganz groß dran in den Einstellungen, jetzt verifizieren. Und dann musst du halt eben ganz kurz noch, glaube ich, dein Geburtsdatum eingeben und deine Adresse. Und dann kommt eigentlich der Punkt, dass du deinen Personalausweis rausholst oder deinen Reisepass. Und du solltest eigentlich mit einem Dienstleister dann dieses klassische Video-Ident-Verfahren machen. Das, glaube ich, das kennen wir ja alle von der Post auch und von anderen Banken, was man immer durchführen muss. Mittlerweile auch bei einem Handyvertrag. Das braucht man wirklich überall. Genau. Und das ist so mein Lieblingspunkt, den ich gerne immer mache. Und sie schreiben eigentlich, dass es so täglich zwischen 8 und 24 Uhr funktionieren soll. Und ich habe das dann auch probiert. Und sie schreiben aber auch schon beim Anmelden direkt, dass es aktuell zu einer ganz, ganz hohen Nachfrage kommt. Und dadurch die Wartezeiten ziemlich hoch sind. Und ich habe das jetzt gemacht und ich warte jetzt schon noch fast seit einem halben Tag, dreiviertel Tag fast schon darauf, dass dann die SMS kommt. Weil sie wollten mir eigentlich dann eine SMS schicken, dass ich auf der Warteliste, also ich bin jetzt auf der Warteliste und wollte mir dann eine SMS schreiben, dass ich jetzt dran bin. Und bis jetzt kam nichts. Ist es so wie in der Warteschleife bei, ich sage mal beispielhaft Vodafone oder der Telekom, dass du gesagt bekommst, dass noch so und so viele Kunden vor dir sind? Oder hängst du wirklich in der Luft und weißt nur, dass du halt eine SMS bekommst, aber keine Ahnung, wie lange es dauert? Da stand nur dran, das kann dauern. Es stand auch keine Zeit dran, wie lange es dauert. Es stand nur dran, bitte trag deine Telefonnummer ein. Wir werden dich per SMS benachrichten. Also keine Ahnung, das kann jetzt morgen passieren, das kann heute passieren. Ich habe auch gelesen, dass manche eine Woche darauf gewartet haben. Also das war für mich schon so ein Punkt so, okay, wenn ich jetzt schnell loslegen will und einfach mal Bock habe, Bitcoin zu kaufen, boah, ich weiß nicht. Also mich persönlich hat das tierisch aufgeregt, weil ich das einfach schrecklich finde und für mich ist das so das erste No-Go überhaupt. Klar, die Entschuldigung ist da und sie haben auch die Begründung dafür, dass einfach gerade viel los ist, ist auch richtig. Aber dann finde ich, muss man das irgendwie anders managen und irgendwie die Kapazitäten erhöhen. Oder sie müssen halt damit rechnen, dass halt viele Kunden dann abspringen, weil sie sagen, okay, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann gehe ich jemanden zu mal anderes. Der es immer schneller hinkriegt. Und das war für mich so ein ganz, ganz großer Negativpunkt am Anfang. Ja, wie du gesagt hast, man kann im Endeffekt der Bison-App negativ ankreiden, dass es so lange dauert. Andererseits kann man auch sagen, gut, wenn ich als Kunde jetzt unbedingt kaufen möchte und Bison hier nicht in die Gänge kommt, die Kapazitäten hochzufahren, steht es mir auch frei, woanders hinzugehen. Also wenn ich für mich als Kunde entscheide, Bison ist für mich die richtige App oder die richtige Kaufplattform, dann muss ich eben in den sauren Apfel beißen und dann jetzt etwas warten. Aber wenn es mir darum geht, Bitcoin zu kaufen, unabhängig davon, ob man das jetzt so macht, wie sich das alle Menschen in der Bitcoin-Bubble wünschen würden oder nicht, kann ich ja auch woanders hingehen, wenn ich eben nicht die Zeit warten möchte. Genau. Und da kommt jetzt so ein Punkt dazu, wenn ich jetzt dieses ganze Verifizierungsverfahren durchgegangen wäre, muss man sich halt bewusst machen, man gibt eben alle Daten preis. Weil wir kennen das ja, man hebt dann seinen Personalausweis auch in die Kamera, das heißt, da steht dann auch das Geburtsdatum drauf, theoretisch deine Personalausweisnummer, deine Adressdaten natürlich und die werden natürlich verarbeitet. Und das ist halt der Punkt, da muss man sich klar werden, dass wenn man, egal wo man das hermacht, nicht nur jetzt bei der Bison-App, sondern auch bei anderen Bankanbietern, diese Daten sind dann draußen. Die liegen auf irgendeiner Datenbank und wir wissen eben nicht, was damit passiert. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man zum Beispiel im Vergleich zur Relay-App nehmen muss, wie du auch schon gesagt hast, wo du eben gar keine Daten angibst, sondern ja eigentlich nur dann die IBAN nachher dann der Punkt ist, wo da irgendwo eine Verbindung ist zwischen deinen Daten und der Relay-App. Und das ist so der erste Punkt, den man auf jeden Fall beachten sollte. Ja, gerade weil du es angesprochen hast mit der Datenpreisgabe bzw. Datenweitergabe. Also bei Bison ist es nicht so, dass es irgendwie eine Bison GmbH oder eine Bison AG oder irgendwie sowas in der Richtung gibt. Da sind mehrere Unternehmen beteiligt, die alle oder zum Großteil unter dem Dach der Stuttgarter Börse eben zusammenkommen oder gebündelt sind, aber es sind eben selbstständige Unternehmen. Und bei einem ganz normalen Vorgang mit der Bison-App sind eben mindestens drei Unternehmen beteiligt. Das ist nämlich einmal die Euwax AG, die Blocknox GmbH und die Solaris Bank AG. Also es ist nicht so wie bei Relay, dass man im Endeffekt einen Partner hat, im Fall von Relay eben Relay, sondern mehrere Ansprechpartner. Die Euwax AG zum Beispiel ist eben Tochter der Stuttgarter Börse GmbH und für den Kauf und Verkauf zuständig. Dann gibt es die Blocknox GmbH, das ist auch wieder eine Tochter, allerdings nicht der Stuttgarter Börse GmbH, sondern der Börse Stuttgar Digital Ventures GmbH und die ist zuständig für die Verwahrung von den Kryptowährungen. Und dann gibt es eben noch die Solaris Bank AG, die eben der Bankdienstleister ist und für die Verwahrung und Verwaltung der Euro-Guthaben und der Auszahlung der Euro-Guthaben dann zuständig ist. Und das war es noch nicht. Es kann auch sein, dass noch weitere Dritte als Auftragsverarbeiter eingesetzt werden. Und wer diese Dritten sind, ist nicht ersichtlich. Es ergibt sich aus den jeweiligen Datenschutzerklärungen der genannten Unternehmen. Also man muss dann in die Datenschutzerklärungen der Solaris Bank AG, der Blocknox GmbH und der Euwax AG schauen, um rauszufinden, wer jetzt eigentlich die Daten hat. Das ist natürlich auch der Gesetzgebung in Europa geschuldet. Also anders geht es wahrscheinlich nicht. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass der Personalausweis nicht nur bei dem einen Bison-Anbieter liegt auf irgendeiner Datenbank, sondern eben weitergegeben wird an mehrere selbstständige juristische Personen. Und naja, also klar ist es wieder dem Komfort und der Einfachheit und auch der Regularien in der EU geschuldet. Aber an Relay zum Beispiel sieht man ja, dass es auch anders geht. Klar, es ist nicht in der EU, schon klar. Aber es muss nicht sein, wenn man Bitcoin kaufen möchte. Ja, und vor allem danke für den juristischen Exkurs kurz. Das ist ja, glaube ich, ein ganz cooler Punkt, weil der ja nicht nur auf der Bison-App einfach auf die abzielt, sondern das ist ja eigentlich insgesamt in den ganzen Internet-Daten-Sachen so. Das ist einfach, du gibst viel Preis. Ja. Damit muss man sich halt dann eben bewusst sein, dass halt eben diese Daten theoretisch auch von Dritten benutzt werden kann, je nachdem, welche Richtung es gehen kann dann. Ja, ist ja auch ein Stück weit normal, dass man seine Daten preisgibt. Und das ist jetzt ja nicht nur hier so, aber wir eben aus der Bitcoin-Bubble schauen da eben ganz genau hin, weil das ja eben ein Faktor ist, der bei Bitcoin eben ganz anders abläuft. Und ja, sowas sticht halt raus für uns. Ja, wobei das ja eigentlich jeder, auch außerhalb der Bitcoin, aus dem Bitcoin-Bereich eigentlich mehr dafür tun sollte, ob die Privatsphäre zu schützen den Datenschutz. Aber das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Das ist eine andere Baustelle. Das ist eine andere Baustelle, aber ja. Okay, dann noch eine Sache, die natürlich ein Vorteil ist an der ganzen Geschichte, ist die, dass man eine Passwort-Vergessen-Funktion hat. Also wenn man sich nicht mehr einloggen kann, dann gibt es natürlich Support. Und man wird halt ein bisschen mehr an die Hand genommen als jetzt bei Relay, was das Wallet angeht, weil es eben kein eigenes Wallet gibt. Aber da kommen wir gleich noch dazu, oder? Bei Sicherheit kommen wir noch dazu. Wollt nichts vorweg, nee. Dann schauen wir uns als nächstes die Funktionen an. Genau. Denn da ist der große Unterschied zu Relay-App. Oh Gott. Relay-App hast du ja die Möglichkeit, nur einen Sparplan anzulegen. Das ist ja auch die Hauptfunktion. Klar, du kannst auch einmal kauftätigen. Aber wir haben ja gesehen, das ist nicht dafür gedacht, weil da du ja den, der Zeitraum zwischen dem Kauf und dem späteren wirklichen Kauf, liegt ja einen bestimmten Zeitraum dazwischen, weil du dein Geld überweisen musst zum Beispiel. Das geht ja erst an die, und da hast du halt diesen Versatz von dem Preis. Und das war ja der große Nachteil eben. Und hier bei der Bison-App hast du halt den Vorteil, du kannst aktiv handeln. Das heißt also, ich drücke jetzt bei einem Preis, wenn der Preis abstürzt auf x, Betrag x, und ich möchte jetzt kaufen, kann ich sofort kaufen und das ist dann auch durch. Und dafür ist es zum Beispiel auch gedacht. Und genauso auch in die andere Richtung, ganz einfach verkaufen natürlich, wenn jetzt irgendwie der Preis steigt und ich möchte meine Bitcoin verkaufen und wieder in Euro umwandeln. Und der Vorteil ist, also du kannst, der Vorteil ist halt eben, weil es gibt viele andere Broker oder andere Apps, bei denen du dann keine Bitcoin, also keine echten Bitcoin kaufst, in Anführungszeichen, sondern eher so digitale Produkte, die einfach nur den Preis abbilden, vor denen man auf jeden Fall die Finger weglassen sollte, weil das hat mit Bitcoin überhaupt nichts zu tun. Ja, das sind meistens die CFD-Anbieter, die immer den Preis abbilden, aber keine Bitcoin wirklich zum Verkauf anbieten. Genau, richtig. Und die Bison-App hat halt keinen Sparplan-Funktion, das heißt also da fällt es schon mal flach, das geht also wirklich nur aktiv dann. Und das ganz Coole ist eigentlich die Übersicht, also wie gesagt, die App an sich ist gut aufgebaut, auch vom Design her sehr, sehr klar und sehr einfach zu bedienen. Du hast dein eigenes Portfolio, wo dann dran steht, wie viele Euro du hast, wie viele Bitcoin du gerade hältst, wie die Rendite ist in dem Moment. Du kannst sehen, die einzelnen Kryptowährungen, den Chart, also auch 24-Stunden-Chart, 7-Tage-Chart, auch ein Jahr oder sowas in die Richtung. Das heißt, es sind da schon mehr Funktionen als bei der Relay-App, da du auch so ein bisschen mehr Informationen bekommst. Und was du auch machen kannst, ist halt so eine Art steuerliche Übersicht exportieren zu lassen, bei dem dann deine einzelnen Käufe oder Transaktionen dargestellt werden mit einem Gewinn über eine bestimmte Zeit. Ist natürlich ganz cool, wenn du dann mal doch mal mit dem Finanzamt ja natürlich das angeben möchtest bei deiner Steuererklärung. Aber sie sagen ja selbst, dass das ja nur ein Feature ist, was aber auch, sie nehmen jetzt ja keine rechtliche Grundlage, muss sie nachher trotzdem noch einen Steuerberater suchen und sie geben da jetzt keine Garantie darauf. Ja, aber es wird ja auch offen kommuniziert. Das ist, wie du gesagt hast, nur ein Feature. Und wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, dann muss man eben einen Steuerberater aufsuchen. Genau. Okay, die Bedienung nehme ich an, wird ähnlich einfach sein wie bei der Relay-App. Ist ja auch in App-Form dadurch wahrscheinlich relativ einfach, relativ übersichtlich und intuitiv. Ist dir da was besonders Positives oder Negatives aufgefallen? Nein, ist eigentlich fast das Gleiche. Also nach der Verifizierung, wenn man sie geschafft hat, muss man eben sein Guthaben aufladen, mit dem man dann eben Bitcoin kaufen kann. Und da ist halt der Mindestbetrag 20 Euro. Und das funktioniert eigentlich genauso wie bei der Relay-App dann, dass du eben dann die Bankdaten bekommst, hier von der Solaris-Bank, die ja dann mit dem zusammenarbeitet und du überweist einfach den Betrag, den du haben möchtest. Und dann ist es auch innerhalb von ein bis zwei Tagen, je nachdem, welche Bank du hast, ist es dann da. Und wenn das Geld dann da ist, kannst du loslegen. Das heißt, du klickst dann einfach auf Bitcoin, du siehst den aktuellen Preis, dann kannst du eingeben, wie viel Euro du investieren möchtest, dann siehst du die Menge an Bitcoin, die das dann ergibt natürlich. Und dann klickst du einfach auf Kaufen. Und das war es einfach schon. Und dann wird es in deinem Portfolio angezeigt. Und genauso auch andersrum. Bitcoin verkaufen ist genau das Gleiche. Drücken, wie viele Bitcoin du verkaufen willst. Und dein Euro wird automatisch wiederum in deinem Portfolio angezeigt. Also es ist ultra einfach. Du brauchst keine Anleitung dafür. Es ist wirklich sehr selbsterklärend. Und es gibt aber halt keine großartigen Extras, wie jetzt, keine Ahnung, so eine Preisorder setzen. Ich glaube, das Einzige ist, dass du einen Preisalarm erstellen kannst, bei dem du dann natürlich benachrichtigt wirst, wenn Bitcoin-Preis irgendeinen bestimmten Preis erreicht. Das ist ganz nett eigentlich. Aber jemand, der jetzt wirklich krass traden will mit irgendwelchen Chart-Trading-Linien, Chart-Analysen, ist natürlich die App auch nicht geeignet dafür. Aber ich glaube, das wollen sie auch nicht haben. Denn sie richtet sich dann doch eher für den, sagen wir mal, den einfachen Verbraucher, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Ja, je komplexer die Darstellungsmöglichkeiten, desto eher wird man ja überfordert. Ja, es ist überfordert, wenn man sich einfach nur kurz anmelden möchte und Bitcoin kaufen mag. Klar. Und in App-Form ist es natürlich immer noch mal ein bisschen schwieriger, sowas darzustellen, weil das Display halt kleiner ist. Und wenn man es klein, einfach und übersichtlich haben möchte, ist es eben schwierig, irgendwelche Indikatoren, technische Chart-Analyse einzubetten und das eben zu ermöglichen. Genau. Okay, wie sieht es mit den Gebühren aus? Die Gebühren an sich wird so angegeben, dass du halt für die Ein- und Auszahlung, also wenn du jetzt deine Euro einzahlst auf deinem Portfolio oder eben auszahlst, kannst du ja auch machen. Und die Transaktionen an sich sind kostenlos. So geben sie es an. Und die Gebühren werden so erhoben über den sogenannten Spread. Der Spread ist also dann der Unterschied zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis. Und der beträgt ungefähr so 0,75 Prozent. Geben sie es an. Der kann aber variieren. Das heißt also, der Preis, der angezeigt wird, also der Bitcoin kostet gerade zum Beispiel jetzt 30.000 Euro, dann zahlst du, klickst du zwar bei 30.000 Euro drauf, aber du zahlst umgerechnet halt, keine Ahnung, 30.150 Euro oder sowas, je nachdem, wie gerade der Spread ist dann. Ja. Und da müsstest du deine Gebühren halt selber ausrechnen. Die werden nicht transparent ausgegeben. Und das ist so der einzige, ist klar, die Gebühren sind natürlich niedriger als bei Relay-App, das wissen wir ja auch, weil die drei Prozent da sind schon echt relativ hoch. Aber da ist ja der Nachteil so ein bisschen, dass es halt nicht so ganz transparent ist, weil da sind drei Prozent, sind drei Prozent. Ja. Und hier sagen sie selber, das kann variieren und es wird aber auch beim Kaufvorgang nicht jetzt ausgegeben, dass es da dran steht, okay, deine Gebühren sind gerade ein Prozent. Muss man wissen, ob das einem gefällt oder einem nicht gefällt, das ist der andere Punkt. Aber so persönlich finde ich es so ein bisschen einen kleinen Nachteil, weil man ja schon gerne wissen würde, ja, wie sind jetzt eigentlich gerade die Gebühren, die ich ausgerechnet habe, weil ich das ja auch irgendwo vielleicht eintragen möchte oder sowas. Gibt es ja auch viele, die so eine Liste eintragen oder eine bestimmte App, um zu verfolgen, wie man, ja, welchen Bitcoin, welches Bitcoin-Fortfolio man denn gerade hat. Ja, um sicherzustellen, wie hoch die Gebühren jetzt tatsächlich sind, sind die 0,75 Prozent natürlich nicht geeignet, weil sie ja auch selbst sagen, es kann variieren. Das heißt, man müsste ja immer bei einer Vergleichsbörse gucken, wie hoch da der aktuelle Bitcoin-Preis ist, dann in der Bison-App gucken, wie hoch da der Preis ist und dann die 0,75 Prozent oder wie hoch die Gebühr auch immer sein mag beziehungsweise der Spread, den eben ausrechnen. Genau. Okay. Gut, Thema Sicherheit und Vertrauen, ist ja auch immer ein wesentlicher Faktor in der Bitcoin-Welt. Wie sieht es da bei der Bison-App aus? Also die Bison-App wirbt ja wirklich sehr offensiv, auch mit diesem Thema Partner-Börse Stuttgart, weil die Börse Stuttgart ja schon sehr seriöses, also nicht Unternehmen ist es ja nicht, aber seriöse Einrichtung ist, die kennt man, die ist reguliert vom Staat natürlich, deutsche Regulation, das ist ja toll. Damit werben die auch wirklich. Und der Punkt ist, dass die Euro-Guthaben, die du einzahlst, unterliegen natürlich der üblichen Einlagensicherung, dadurch, dass sie ja bei der Solaris Bank liegen und die deine Bank letztens haben, so ist das ganze normal ja. Nur eben deine Kryptowährung natürlich nicht. Also deine Bitcoin, die du da im Portfolio hältst, die sind eigentlich bei der Einlagensicherung. Keine Garantie, keine Sicherheit. Genau. Die App an sich ist natürlich, dadurch, dass es ja ein Smartphone ist, ist das natürlich geschützt durch einerseits deine eigene Pin oder deine eigene Sicherheitsfeature von deinem Handy, je nachdem, Touch-ID oder Gesichtserkennung, je nachdem, was man hat. Und du kannst halt eben die App selber auch nochmal verschlüsseln. Also da hast du dann ganz schön gut safe alles. Ja. Jetzt kommt aber der ganz, ganz große Punkt, der sehr, 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 sehr wichtig ist und der der große Unterschied ist zur Relay-App. Den hast du ja schon angesprochen. Bei dieser App, die wir letzte Vorwoche angesprochen hatten, hast du halt dein eigenes Wallet. Da hast du deine Recovery-Seat. Das heißt, du hast den privaten Schlüssel, selbst in der Hand, du hast volle Kontrolle. Beispiel, Annahme, Relay haut jetzt ab. Die schließen die Plattform, die schließen die App, keine Unterstützung mehr. Es kann dir egal sein, weil du das mit jedem anderen Wallet wieder herstellen kannst. Also du hast deine Bitcoins selbst in der Hand, bist ein eigener Mensch, ist es be your own bank, also sei deine eigene Bank. Das war so dieses große Mantra in dem Bitcoin-Bereich jetzt. Ja, ja. Die Beeson-App ist dagegen nämlich das andere Teil, was halt viele Plattformen so machen. Da hast du nämlich eben keine eigene Wallet, sondern die Bitcoin werden eben bei denen direkt aufbewahrt, auf ihren eigenen Servern oder ihren eigenen Wallets wahrscheinlich. Sicherlich haben die auch irgendwie Hardware-Wallets, also ein bisschen größerer Stil natürlich. Und sie haben ein Zitat auf ihrer Seite nämlich, wie sie es angehen. Ich lese es mal ganz kurz vor. Wir möchten dir den Kauf und Verkauf von Kryptowährung so einfach wie möglich machen, ohne technischen Hürden. Beeson übernimmt den komplizierten technischen Teil der Kryptowelt für dich. Das heißt also, sie werben damit zu sagen, hey, du musst dich um die Aufbewahrung nicht kümmern, das machen wir alles für dich, weil es ist viel zu kompliziert für dich, das brauchst du gar nicht. Und das Problem ist aber halt, dass man dadurch so ein bisschen verschweigt, ja, das Vertrauen liegt jetzt halt völlig bei der Plattform. Das heißt, du musst der Plattform vertrauen, dass sie deine Guthaben auch gut verwalten. Du musst denen vertrauen, dass sie dann auch deine Bitcoin immer wieder auszahlen, wenn du willst, weil es gab auch in den USA schon Fälle, wo dann plötzlich dann die Plattformen gesagt haben, ja, hey Manuel, wir brauchen von dir XX, keine Ahnung, Personalausweis, wir brauchen auch besondere Sachen. Aber natürlich nicht die Bison-App jetzt, sondern ein entsprechendes Pendant in den USA. Richtig. Das heißt also, du vertraust darauf, dass sie es dir auszahlen. Und genau diese Punkte sprechen halt komplett gegen diesen Grundgedanken von Bitcoin, bei dem du eigentlich ja dein, du willst so wenig Vertrauen wie möglich haben an irgendjemand anderen, sondern du hast deine eigene Verantwortung, du hältst deinen eigenen Bitcoin. Und ja, das muss man sich wirklich im Kopf behalten, dass es einfach so ist. Aber auch der andere Punkt, du kannst natürlich deine Kryptowährung, deine Bitcoins, ganz normal von dieser Plattform runternehmen und einfach deine eigene Wallet, zum Beispiel eine eigene Hardware-Wallet schicken, für die du dann deine eigenen privaten Schlüssel hältst. Und zack, hat sich dieses Problem echt wieder gelöst. Es ist halt nur kurzzeitig. Also das Zeitfenster, in dem man die Kryptowährung, oder für uns jetzt relevant, den Bitcoin auf der Bison-App eben hat, ist eben aus unserer Sicht ein bisschen problematisch, beziehungsweise wir und alle anderen in der Bitcoin-Bubble oder in der Bitcoin-Welt können natürlich nicht nachvollziehen, wieso man dieses Feature der Eigenverantwortung freiwillig abgibt aufgrund der Einfachheit. Aber wir sind da natürlich auch in einer relativ kleinen Blase wahrscheinlich. Es gibt ja genug Leute, denen ist das vollkommen egal. Ist ja auch okay für die Leute, die da irgendwie weniger Schmerz haben oder sich keine großen Gedanken machen wollen, die einfach nur Bitcoin kaufen wollen, können sie ja auch dort gern machen. Aber es ist ja so, wie du sagst, dieses Mantra Be Your Own Bank wird halt komplett unterlaufen dadurch, weil man es eben wieder abgibt an jemand anders. Also hat man doch wieder so eine Art Bank, wenn man möchte. Man hat halt wieder jemanden, der dazwischen steht, zwischen dir und deinem Bitcoin. Und ja, wir aus der Bitcoin-Welt können es eben nicht nachvollziehen, wieso man sich dafür entscheiden sollte. Aber naja, man hat halt auch einen Vorteil, unter anderem den, den ich vorher angesprochen habe, macht den Vorteil, dass man sein Passwort eben wieder herstellen kann. Wenn man Probleme hat, kann man sich da an eben, ja, entsprechende Leute wenden, an den Support wenden. Und man hat eben eher die Unterstützung, wie jetzt bei einer Bank. Also man hat einen Ansprechpartner. Und ja, die Bitcoin-Welt funktioniert ja anders. Und wenn man jetzt eben eher an die Hand genommen werden möchte, eher einen haben möchte, bei dem man immer nachhaken kann, wie sitzt denn aus, klappt noch alles, dann ist man ja vielleicht, oder dann ist man in der Bison-App wahrscheinlich besser aufgehoben. Genau. Und vor allem, wenn du halt aus diesem Bereich kommst, dieses Bank-Thema, wenn du sagst, ich kaufe jetzt Aktien zum Beispiel, hast du ja auch dann deinen Broker, deine Bank. Ja. Und da ist es für dich ja ganz normal, das einfach so zu machen. Da denkst du gar nicht drüber nach. Ja. Aber da ist halt der Unterschied, wir hatten es, glaube ich, vor der Episode ganz kurz besprochen gehabt, dass bei Bitcoin der Unterschied ist halt, ist so eine Aktie, das ist ja eigentlich nur ein digitales Produkt, was ja irgendwie auf einer Datenbank liegt. Mehr ist es ja nicht. Aber ein Bitcoin, es gibt halt nur 21 Millionen Bitcoin. Wenn die weg sind, wenn du einen Bitcoin verlierst, die privaten Schlüssel dafür verlierst, ja, da bleibt dir nichts anderes übrig, als jemandem anderen den Bitcoin wieder abzukaufen und dass du deinen eigenen hast. Und das muss man sich, glaube ich, so ein bisschen zu Gedanken führen, dass das halt eben da komplett anders aussieht. Und es gab leider schon genügend Beispiele, dass solche Plattformen angegriffen worden sind. Und ich glaube, Friedemann Brenneis, der aus dem Coinsponent-Blog, hat auch mal gesagt, es gibt zwei Arten von Plattformen, die schon gehackt wurden und die, die noch gehackt werden. Also es gibt nur die zwei Punkte, weil irgendwie alle mal so einen Antriffspunkt darstellen werden. Und wie du ja gesagt hast, man muss sich da entscheiden zwischen einerseits Komfort, will ich überhaupt meinen eigenen privaten Schlüssel halten, will ich jemanden haben, der verantwortlich ist dafür, oder halt eben zu sagen, ja, nee, ich möchte das gar nicht, sondern ich bin selber mein eigener Herr darüber und übernehme die Verantwortung. Wenn du jetzt einen hast, weil du gerade meintest, den man in die Verantwortung nehmen kann, ist das ja auch wieder, ich will nicht sagen Pluspunkt, aber man hat immerhin einen Vertragspartner, den man jetzt auch rechtlich dann in die Haftung nehmen kann, wenn was schief gehen kann. Und oder wenn was schief geht, dann kann man den eben in Anspruch nehmen. Und wenn du jetzt deine eigene Bank bist, dann, naja, gibt es denjenigen halt nicht. Ganz in den Spiegel gucken. Derjenige bist dann du. Genau, ganz in den Spiegel schauen und sagen, her damit. Aber hat halt natürlich dann nichts mehr. Okay, für wen ist denn die App gedacht? Das heißt wahrscheinlich oder aufgrund deiner Ausführungen kann man sagen, dass es an all jenige geht, die kein Problem damit haben, Bitcoin mittels einer App zu kaufen, die auch kein Problem damit haben, dass man eben so einen Zwischenanbieter hat und nicht seine eigene Bank ist und die auch kein Problem damit haben, dass man sich verifizieren muss, mit dem Ausweis identifizieren muss und ja, die eher darauf gehen, aktiver zu handeln, sage ich mal, als jetzt die Kunden der Relay-App, weil du eben schneller kaufen und verkaufen kannst beziehungsweise du kannst schneller kaufen. Der Verkauf geht ja auch bei der Relay-App unmittelbar beziehungsweise der Preis ist ja der, der dir angezeigt wird. Sparplan ist aber nicht möglich. Das heißt, um ja vielleicht in die Zusammenfassung schon überzuleiten, positiv, die Börse Stuttgart ist eben ein seriöser Anbieter, der da natürlich im Hintergrund steht, die Bedienung der App ist extrem einfach und intuitiv. Ja, die Aufmachung ist übersichtlich. Also man weiß genau, ich habe dieses Guthaben, ich habe dieses Guthaben in Euro, meine Kryptos sind gerade so und so viel wert, die Rendite wird dir auch angezeigt, der Preischart. Und ja, der Kauf und Verkauf ist eben brutal simpel. Negativ ist eben, man durchläuft eben so einen Verifizierungsprozess, der natürlich den EU-Regularien geschuldet ist. Es gibt keine Sparplanfunktion, man hat kein eigenes Wallet, das heißt, ja, man muss eben Vertrauen aufbringen und Vertrauen in eben alle, die irgendwie mit der Bison-App in Verbindung stehen. Die Gebühren sind zwar angegeben, aber ein bisschen intransparent, weil sie halt angegeben werden mit einem kleinen Aber und das Aber ist eben darin zu sehen, dass es variieren kann, genau. Und ja, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber unserer Meinung nach auch eher negativ, dass sich eben die Bison-App nicht auf Bitcoin konzentriert, sondern eben auf mehrere Kryptowährungen und wir haben ja schon in vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass es natürlich sinnvoller ist, die gesamte Power, die gesamte Kompetenz auf einen Bereich zu konzentrieren und jetzt nicht irgendwie fünf Eisen im Feuer zu haben. Genau. Okay, möchtest du noch was ergänzen? Nee, mir fällt gerade nur ein, dass ich glaube, so ein Vorgriff auf die nächsten Folgen dann, dass wir das gleich, also diese Punkte noch häufiger sehen werden, weil es gibt, glaube ich, aktuell einfach wenig Anbieter, wie du ja gesagt hast, in der EU musst du es halt so machen, weil wir dürfen wahrscheinlich in Deutschland, selbst wenn wir jetzt eine Bitcoin-Verstehende Plattform aufmachen würden, wo wir Bitcoin verkaufen wollen, können wir das, glaube ich, gerade nicht ohne diese dieses Thema mit den Verifizierungsformen machen. Ja, wir müssen wahrscheinlich den gleichen Weg gehen, wie die Bitcoin-App. Genau, das heißt, irgendwann, der Schweiz hat halt den Vorteil, dass sie ja ein bisschen anders regulieren und deshalb haben wir das Problem eben, dass es wahrscheinlich bei, es ist so, dass es bei vielen Plattformen genau diese negativen Punkte gibt und man kommt eigentlich gar nicht wirklich drum herum und deshalb muss man dann vielleicht mit klarkommen, dass es so ist oder halt sagen, okay, ich gehe auf in die Schweiz, die Schweizer Anbieter möglicherweise, die vielleicht andere Funktionen haben und das ist aber so diese Abwägung, was ist mir wichtiger und jeder muss halt eben nachher selber entscheiden, wie wichtig sind mir meine Daten eigentlich. Das ist nachher der Punkt und wie wichtig ist mir dieses Vertrauen in die Plattform und, aber das können wir für niemanden empfehlen. Wir können nur sagen, hier, so sieht es aus und jeder muss nachher selber entscheiden, wie wichtig das einem ist. Ja, im Endeffekt ist es ja auch so, wenn sich einer entscheidet, Bitcoin zu kaufen und das über die Bison App macht, ist es ja immer noch gut. Also die Probleme des Finanzsystems sind ja immer noch da. Nur wenn jetzt jemand eine Plattform wählt, die unserer Meinung nach nicht optimal ist, ist es ja trotzdem gut, dass sich derjenige oder diejenige Gedanken macht und sagt, hm, ich möchte jetzt mal Bitcoin kaufen. Also vom Grundsatz her ist es gut, unserer Meinung nach geht es aber besser, allerdings halt nicht innerhalb der EU und da kann man jetzt mit Bison keinen Vorwurf machen, dass sie sich halt an die Gesetze halten, da müssen wir uns bei der EU bedanken. Okay, dann kommen wir noch schnell zu unseren Formalien und dann zu deinem Knaller der Woche. Oh ja, richtig. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören wieder und ihr findet uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen, bei Spotify natürlich und Apple und bei Apple, wie gesagt, freuen uns über jede Bewertung, die ihr abgebt, der wird uns und unterstützt uns wahnsinnig damit und wir freuen uns über jede einzelne und auch bei Twitter könnt ihr uns natürlich folgen und schreiben, auch da Nachrichten senden und auch E-Mails an fragen at bitcoinverstehen.info und da kommen auch einige Fragen rein und auch Grüße und allem drum. Deshalb alle Grüße raus und alle, die uns beim Abwasch hören, glaube ich, weiß ich. Es war beim Essen ausliefern, beim Joggen und was auch immer, egal was, aber ihr könnt uns gerne schreiben, wobei ihr euch uns hört, das finde ich auch immer ganz wahnsinnig interessant, weil ich auch selber beim Kochen häufig Podcasts höre, finde ich echt richtig, richtig cool und alle anderen Episoden und Informationen gibt es natürlich bei bitcoinverstehen.info, da gibt es dann noch alles weitere, auch Kontaktdaten und alle Links und allem drum und dran und jetzt zu meinem Highlight der Woche, was mir heute Nacht so ein bisschen den Schlaf geraubt hat, weil ich ein bisschen früher wach deswegen, also wer es schon mitbekommen hat, es gibt in den USA ein Unternehmen, einen Softwarehersteller, MicroStrategy, die waren die ersten Unternehmen, glaube ich, das Ende letzten Jahres bekannt gegeben hat, dass sie einen größeren Teil ihrer Bargeldreserven in Bitcoin investiert haben und das ging jetzt schon so weit, dass sie jetzt, glaube ich, jetzt diese Woche, glaube ich, die 1,2 Milliarden Dollar überschritten haben und haben jetzt über 70.000 Bitcoin gekauft, das heißt also, jedes Unternehmen hat ja Bargeldreserven, die sie ja nehmen, um entweder, keine Ahnung, Sicherheiten zu haben oder andere Unternehmen zu übernehmen und die haben sich dazu entschieden, Bitcoin zu kaufen, einen ganz, ganz großen Stil, weil sie sagen, hey, wir haben jetzt eine Milliarde Dollar auf der Seite liegen, wenn man jetzt Inflation anrechnet, das Geld schmilzt ganz schön schnell weg irgendwann mit der Zeit. Macht sich bemerkbar bei einer Milliarde auch absolut. Auf jeden Fall auch, ja. Und der CEO hat sich halt dann eben eine Zeit lang damit beschäftigt und wurde halt dann relativ schnell öffentlich mit dem Thema, bei Twitter vor allem und war jetzt bei wahnsinnig vielen Podcasts unterwegs und man merkt, er hat verstanden, worum es geht überhaupt. Und das Interessante dabei ist, die haben es wirklich geschafft, innerhalb von mehreren Wochen haben die wirklich, glaube ich, minütlich oder zehnminütlich Bitcoin gekauft in dem großen Bereich, erstmal, glaube ich, 500 Millionen Dollar und haben es geschafft, eben den Preis nicht zu bewegen damit. Das heißt, der Preis blieb eigentlich relativ stabil, man hat es erst im Nachhinein mitbekommen, dass die überhaupt was gemacht haben. Und das Problem ist halt bei Unternehmen, wir können das ja ganz einfach machen mit der Aufbewahrung, du hast halt eine harte Wolle, das legst du in den Schrank und dein Car Receipt legst du halt irgendwo hin in den Tresor. Bei Unternehmen hat natürlich das Problem, steuerliche Punkte, da muss der Aufsichtsrat mit entscheiden, wie funktioniert diese Aufbewahrung, das ist natürlich komplett schwieriger nochmal. Und der hat sich halt damit auseinandergesetzt und jetzt hat er, glaube ich, die Woche war so eine Art Seminar, Online-Kurs hat er gemacht für viele Unternehmen in den USA, wo halt ganz, ganz große Tiere dabei waren, auch von SpaceX, also Elon Musk-mäßige Unternehmenbereich dabei, die halt dann angeleitet hat, wie man in den Bereich investieren kann, als Unternehmen vor allem. Und das war für mich heute Nacht, da habe ich dann gedacht, wow, wenn man sich mal vorstellt, was das jetzt bedeutet, weil bisher waren das ja eigentlich, also gerade 2017, 2018, dass der Preis so hoch war, waren das halt einfach nur Menschen wie wir, ganz normale Plananleger. und plötzlich kommen jetzt hier halt diese ganzen großen Investmentfonds, es kommen Unternehmen dazu, das ist nochmal ein komplett anderer Level, der jetzt dazukommt. Und das heißt aber auch, da kommt ein neues Fundament dazu, also Bitcoin steht plötzlich jetzt nicht mehr auf so dieses klassische, was man früher hatte, dieses nerdige Typen, die in Darknet irgendwelche Pizzas kaufen, nein, da kommen jetzt plötzlich Unternehmen dazu. Oder andere Dinge. Oder andere Dinge, hoffen wir es mal nicht, aber die kommen jetzt plötzlich dazu und das heißt, man sieht zum einen, hey, wir sind ultra krass am Anfang immer noch, und der andere Punkt ist, es ist halt das erste, was das erste Mal nicht, aber eine ganz, ganz seltene Fälle, bei dem Privatanleger vor den großen Unternehmen einsteigen können. Weil ansonsten, beim Startup hast du immer das Problem, da brauchst du eine bestimmte Investitionssumme, um reinzugehen, das schaffst du alleine mit den 100 Euro gar nicht und bei Bitcoin ist genau andersrum. Jeder, der jetzt gekauft hat, davor schon, bevor diese ganzen Unternehmen kommen, hat schon den ersten Teil abgenommen davon. Und wenn die kommen, dann kommen die richtig, glaube ich, da sind es dann halt Milliardenbeträge, die sie investieren. Dann wird es spannend. Die kaufen alles auf, wenn es sein muss. Und wenn dann man noch dazu nimmt, dass das Angebot immer knapper wird, weil es wird immer weniger Bitcoin dazukommen. Es gibt ja schon 19 Millionen, es kommen nur noch 2 Millionen dazu in den nächsten 100 Jahren. Und die Leute, wie jetzt zum Beispiel wir, die jetzt langfristig denken, wir verkaufen unsere Bitcoin nicht jetzt sofort, wenn plötzlich der Preis um 10.000 steigt. Wenn diese Riesennachfrage auf dieses kleine Angebot trifft, dann kann sich jeder selber ausrechnen, wo das hingehen könnte. Und das fand ich so faszinierend, diesen Gedanken zu haben. Deshalb, wir sind ultra am Anfang und der Gedanke, dass Bitcoin zu teuer ist, nein. Das geht, glaube ich, noch in eine Richtung, die wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können. Und ja, sorry, dass ich jetzt ein bisschen ausgeschweift bin. Aber heute Nacht, ich konnte nicht schlafen deswegen und fand es so toll und zu wissen, ey, da kommt noch so verdammt viel. Und das fand ich einfach einen coolen Gedanken einfach. Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich keine Garantie, dass es sich so entwickelt. Aber wie du gesagt hast, allein die Tatsache, dass erst jetzt die ganzen Anbieter beziehungsweise die ganzen Unternehmen mit richtig viel Geld sich ernsthaft darüber Gedanken machen, in Bitcoin zu investieren, spricht schon dafür, dass es noch in Dimensionen hochgehen könnte vom Preis her, die wir uns wirklich nicht vorstellen können. Aber wir wissen es nicht. Es ist aber spannend zu beobachten, wie es sich entwickelt wird. Und ja, vielen Dank für den Knaller, auch wenn du nicht schlafen konntest. Waren interessante Gedanken dabei, fand ich. Sehr gut, das freut mich. Deshalb immer schön die eigenen privaten Schlüssel halten und eigene Bitcoin. Sicherheit ist immer wichtig. Alles klar, sehr gut. Dann auch von meiner Stelle oder von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schreibt uns gern, wo ihr uns hört. Ist immer lustig. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Genau, alles klar. Ciao. 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 Vielen Dank.